Innovative, effiziente Lösungen für die Küchenhygiene anzubieten, ist eine Sache. Verantwortungsvolles, nachhaltiges Handeln, die andere. Beides zusammen nennen wir bei Haagleitner Green Efficiency. Für ein sauberes Geschirr und eine saubere Umwelt. Intakte Natur fordert alle, die am wirtschaftlichen Leben teilhaben, ihren Beitrag zu leisten. Nur so lässt sich langfristig das ökologische Gleichgewicht erhalten. Wir bei Haagleitner haben den Anspruch, nachhaltig vorauszudenken, wenn wir neue Entwicklungen vorantreiben. Zum Beispiel in der Küchenhygiene. Am Anfang war die Idee, umweltfreundliche Geschirrreinigung in der besten Qualität zu realisieren. Im hauseigenen Labor haben Chemiker und Techniker tagtäglich mit Leidenschaft, Kreativität und Konsequenz auf dieses Ziel hingearbeitet. Denn jeder Tag zählt, wenn es darum geht, für unsere Kunden die bestmöglichen Produkte zu entwickeln. Modernste computergestützte Methoden, intensive Forschung und strengste Testkriterien unterstützen dabei den Entwicklungsprozess. In der Produktion braucht es besonderes Know-how und größte Sorgfalt. In einem streng geheimen Herstellungsverfahren werden die einzelnen Rohstoffe gemischt und erhitzt, bis eine homogene Masse entsteht. Diese wird nach dem Rühren in Multifill-Patronen abgefüllt, vollautomatisch etikettiert und verpackt. Jedes Produkt wird strengen Kontrollen unterzogen und darf erst nach einer sorgfältigen Analyse durch das Labor die Produktion verlassen. Das Ergebnis von zwei Jahren intensivster Forschung, Entwicklung und Tests, intern sowie am Markt, ist beeindruckend. Die Integral-Clean-Serie ist eine Weltneuheit. Erstmalig gibt es Kompaktreiniger für die Küche, die absolut NTA-frei, EDTA-frei und Phosphat-frei sind und die bei allen Wasserhärten und Geschirrarten optimale Spülergebnisse erzielen. Jeder dieser blockförmigen Geschirrreiniger entspricht schon heute den neuen strengen Rohstoffbestimmungen der Europäischen Union. Modernste Dosiertechnik unterstützt und erleichtert die tägliche Arbeit. Es wird nur exakt die Menge an Reiniger dosiert, die tatsächlich benötigt wird. Das sichert effizienten Produkteinsatz und das Geschirr strahlt in absoluter Sauberkeit. Kostenanalysen und Dosiermengenvergleiche sichern optimale Wirtschaftlichkeit. Bestens ausgebildete Techniker kontrollieren und warten die Anlagen regelmäßig. Integral-Clean-Produkte bieten viele Vorteile. Die hochkonzentrierten Kompaktreiniger haben ein geringes Gewicht und Volumen. Das minimiert Lagerbedarf und Kosten und macht den Wechsel der Nachfüllungen einfach. Die sorgfältige Rohstoffauswahl, die Nutzung höchster Konzentrationen und die Genauigkeit der Dosiergeräte sind der Schlüssel zum Erfolg. Das ist unser Verständnis von nachhaltig vorausdenken. Das ist Green Efficiency für ein sauberes Geschirr und eine saubere Umwelt. Das ist unser Verständnis von Nachhaltig. Untertitelung. BR 2018